Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir gucken uns heute zwei Produkte an aus der Anker Prime Serie Ladegeräte bzw. Lade-Docks. Einmal ein portables Gerät mit 100 Watt, das ist das erste Gerät, was wir uns heute einmal kurz angucken wollen. Und ein Lade-Dock für euren Schreibtisch mit insgesamt satten 200 Watt. Auch das gucken wir uns heute einmal kurz an. Ja, werfen wir zunächst einmal einen Blick auf das mobile Gerät, welches natürlich klar für den Urlaub oder ähnliches gedacht ist. 100 Watt, Ladepower und eben portabel, weil es leicht und kompakt ist. Ihr könnt sogar diesen Stecker noch anklappen, um das Ganze noch etwas kompakter zu machen. Auch dieses Gerät aus der Prime Serie mit der Bezeichnung 2688. Ihr habt drei Ports, über die ihr laden könnt. Zweimal USB-C, einmal USB-A, sodass ihr quasi hier auch ordentlich Geräte mitnehmen könnt. Auf der Seite gucken wir jetzt nochmal nach, was die maximalen Leistungen pro Port sind. Ihr seht hier oben USB-C1 und C2 können jeweils 100 Watt Max abgeben. Natürlich nur einer von beiden, nicht beide gleichzeitig logischerweise. Und der USB-A-Anschluss hat 22,5 Watt Max. Und ihr seht hier unten drunter auch nochmal, wenn ihr zwei Ports nutzt, 100 Watt Maximalleistung. Und bei drei Ports halt eben 89 Watt. Ja, das Ding ist halt relativ kompakt und klein. Das ist so das, was es glaube ich auszeichnet. Auf der Rückseite sind dann nochmal die Sicherheitsleistungen genannt. Wir haben hier, wie gesagt, 100 Watt Gesamtleistung, verteilt auf die einzelnen Anschlüsse. Klein und kompakt. Es ist deutlich kompakter, sagt zumindest der Hersteller, als andere Geräte. Und das würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Und ihr habt natürlich Sicherheitsfeatures, die Temperatur und ähnliches überwachen, damit ihr da auf der sicheren Seite seid, wenn ihr eure Geräte denn auch ladet. 24 Monate Garantie gibt es auch noch dazu. Gut, packen wir als erstes mal das 100 Watt Ladegerät aus, damit ihr so einen gewissen Eindruck auch von der Haptik und vor allen Dingen auch von der Größe bekommt. Wie gesagt, es ist natürlich primärer Einsatzzweck, wobei nicht ausschließlich, aber ich denke primärer Einsatzzweck wird die portable Nutzung sein. Deswegen auch der aus meiner Sicht ganz geschickte Schachzug vorne den eigentlichen Stecker anklappen zu können. Das spart natürlich nochmal etwas Raum. Wir haben hier eine Gar-Kurzanleitung. Ich denke mal, die brauchen wir nicht, denn die Infos haben wir ja gerade schon draußen gelesen. Ist auch nicht auf Deutsch verfügbar, aber auf Englisch. Gut, brauchen wir glaube ich in dem Fall ja nicht. Es gibt keine Features, die man einstellen könnte oder ähnliches. Dann haben wir hier das Gerät an sich. Ja, klein, kompakt, zumindest für ein 100 Watt Garnnetzteil. Und halt eben, und das finde ich ja den persönlichen Kniff hier vorne anklappbar, sodass ihr noch mehr Platz spart. Macht insgesamt einen guten Eindruck. Sieht hier ganz gut aus und fühlt sich auch gut an. Hier die drei Ports, zweimal USB-C, einmal USB-A. Sieht alles tatsächlich optisch aus meiner Sicht ansprechend aus. Da knarzt nichts, da gibt es keine scharfen Kanten. Ist alles sehr, sehr gut verarbeitet. Und vorne dieser Mechanismus zum Anklappen. Ich habe es mal eine Vielzahl von Malen auf und zu geklappt. Es scheint also haltbar zu sein. Man muss halt ein bisschen darauf achten, dass unten der Stecker etwas übersteht. Wobei der, wenn er Druck bekommt, halt auch nach vorne wegklappt. Hier seht ihr das. Der klappt dann nach vorne weg. Da kann eigentlich auch nichts passieren. Also insofern für die Reise und ähnliches dürfte das hier auf jeden Fall eine Option sein, wenn ihr 100 Watt dann tatsächlich laden müsst. Aber zum Beispiel nehmt euer MacBook 14 Zoll, müsst ihr schon 96 Watt oder braucht ihr 96 Watt beziehungsweise um die 90 Watt. Da sollte das schon reichen. Und vom Gewicht her ist es auf jeden Fall so, dass es definitiv portable ist und ebenfalls auch von der Größe. So, schauen wir uns das Ganze jetzt auch nochmal im Live-Betrieb an. Dafür nehme ich mein MacBook, um so ein bisschen zu gucken, wie warm wird denn das Netzteil. Und vor allen Dingen kommt auch das raus, was draufsteht. MacBook 14 Zoll, also MacBook Pro 14 Zoll, das wollte ich sagen, zieht ja mit dem originalen Netzteil, welche 96 Watt hat, immer so um die 90, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Sehen wir auch hier, dass die 90 erreicht werden, wenn man hier bei Final Cut mal so ein bisschen rumspielt, damit der Prozessor hochgeht. Seht ihr, wir kommen hier auf die 90 Watt. Bleiben noch 10 Watt übrig für einen anderen Port oder aber ihr teilt es euch halt natürlich auch ganz anders auf. Ihr braucht ja nicht immer das MacBook vollzuladen oder ähnliches. Jetzt könnt ihr noch euer S24 Ultra mit dranklemmen oder was auch immer ihr sonst noch mit dranklemmen wollt. Warm wird es schon, nicht richtig, richtig heiß, aber schon warm und ich sag mal ein bisschen wärmer als Anfasstemperatur, so formuliere ich es mal. Ja, auf der anderen Seite weniger portable mit sechs Anschlüssen versehen. Ein Lade-Dock, nennen wir es mal so. Hier, der Hersteller nennt es Charging Station, ist natürlich für euren Schreibtisch gedacht. Kann 200 Watt, hat wie gesagt sechs Ports, vier USB-C, zwei USB-A mit insgesamt 200 Watt Output. Gucken wir auch hier nochmal drauf, was auf den einzelnen Ports möglich ist. Und auch da ist USB-C 1 mit 100 Watt, 22,5 und hier unten seht ihr die Aufteilung auf die einzelnen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt euer Macbook mit 96 Watt ladet und zusätzlich noch ein zweites Macbook, dann geht das mit zweimal 100 Watt bzw. 200 Watt Ausgangsleistung. Auf der Rückseite dann nochmal, ihr könnt quasi, oder die Information dazu, ihr könnt quasi fast alles laden. Das ist auch der Fall. Ich habe mein Handy probiert und so weiter und so fort. Das lässt sich alles laden und auch hier Sicherheitsfeatures ohne Ende. Ja, gleiches Spiel nochmal für das Ladedock mit 200 Watt. Da muss man natürlich sagen, das ist jetzt weniger portable. Das ist eher was wirklich für den Schreibtisch, wo ihr dann eure verschiedenen Geräte dran laden könnt. Für mich persönlich, ich finde solche Geräte immer ganz praktisch und würde das tatsächlich auch dem mobilen Ladegerät sozusagen zumindest für zu Hause vorziehen. Einfach weil, wenn du ein Laptop hast, wenn du ein Handy hast, wenn du eine Smartwatch hast oder Kopfhörer noch, dann brauchst du einfach ein paar mehr Ports, die dann auch auf dem Schreibtisch irgendwie vernünftig stehen. Und nicht wie so ein Ladegerät, wo du dann immer nur die Kabel hin und her wurschtelst, sondern hier steckst du quasi in ein auf dem Schreibtisch stehendes Ladedock, nennen wir es mal, dann tatsächlich deine Kabel ein. Finde ich persönlich, hat einen gewissen Charme. Und wir sehen es gleich noch, es ist tatsächlich auch so gebaut, dass es auf dem Schreibtisch nicht verrutscht. Finde ich persönlich auch immer ganz wichtig, denn wenn schon ein Ladedock, dann muss es auch auf dem Schreibtisch halbwegs halten. Gut, also wir haben ja das Ladekabel, welches ihr natürlich hinten anbringen könnt und dann zu eurer Steckdose führen könnt. Macht total Sinn, dass das nicht direkt am Ladedock dran ist, denn sonst, die meisten haben ja von euch keine Steckdose direkt am Schreibtisch. Ist oben so ein kleines bisschen geriffelt, finde ich persönlich optisch ganz okay. Auf der Vorderseite dann auch so ein bisschen Klavierlack und hier unten drunter ist das, was ich schon sagte. So ein bisschen gummiert, damit es halt eben nicht wegrutscht. Sprich, wenn ihr das Kabel reinsteckt, rutscht euch das Ding nicht jedes Mal weg. Im Zweifel kann man das mit doppelseitigem Klebeband natürlich noch etwas besser fixieren. Hier vorne seht ihr, dass die Ports auch gut ausgearbeitet sind. Ich hoffe, man erkennt das so ein kleines bisschen. Ansonsten der Klavierlack ist halt so ein bisschen Geschmackssache, würde ich denken. Verarbeitung aber auch hier absolut top. Da gibt es keine Kanten, keine Grate. Das ist alles, fühlt sich sehr gut an und fühlt sich auch hochwertig an. Hier auf der Rückseite dann das entsprechende Stromanschlusskabel, beziehungsweise der Stecker, um das Ganze zu verarbeiten. Und insgesamt könnt ihr halt hier vorne halt wirklich richtig was drauf ziehen. Der Vorteil an dem Ding ist halt eben, dass ihr halt 100 Watt zwar maximal laden könnt, aber ihr könnt eben zweimal an einem USB-C-Port 100 Watt rausziehen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr coole Geschichte, neben der breiten Unterstützung von Themen oder beziehungsweise Ladeprotokollen. Schauen wir auch hier nochmal kurz nach der Ladeleistung. Also MacBook hängt wieder dran. Jetzt zusätzlich noch mein S24 Ultra. Das ist natürlich nicht genug, um das Netzteil voll auszulasten. Aber es reicht zumindest, um mal so ein bisschen zu sehen, dass hier die Schnelllade-Funktionalität auch gegeben ist, wenn das MacBook noch angeschlossen ist. Von der Temperatur her ist es so ein bisschen ähnlich, wie gerade eben schon bei der 100 Watt-Variante. Ihr könnt das noch anfassen, aber es ist schon an der Grenze dazu, dass es ein bisschen zu warm wird, insbesondere wenn ihr es dann länger laufen lasst bei hoher Auslastung. Gut, gucken wir als letztes noch ein Gerät an, welches ich nicht wirklich hier habe, was ich aber quasi, wovon ich auch gehört habe, beziehungsweise gelesen habe. Und das ist die 250 Watt-Variante. Das ist dann wirklich mit sechs Ports das ultimative Ladedock. Da könnt ihr sogar 140 Watt auf einem Port ziehen, was natürlich dann auch für ein 16 Zoll MacBook ausreicht, weil die haben ja bekanntlich nicht nur 96 Watt wie mein 14 Zoll MacBook, sondern halt eben 140 Watt. Ihr bekommt ein Screen mit dazu, also das euch auch noch genau die Ladegeschwindigkeiten und so weiter anzeigt. Und ihr habt auch da eine sehr breite Kompatibilität, was die Ladegeräte angeht. Das ist natürlich dann hier schon wirklich high sophisticated aus meiner persönlichen Sicht. Das ist dann dafür geeignet, wenn ihr wirklich eine Ladestation braucht, wo ihr verschiedene Geräte ladet und die dann auch entsprechend überwachen wollt. Weil hier seht ihr, wie gesagt, auf dem Display dann auch, wie viel jeder einzelne Port gerade zieht, wie viel die Gesamtleistung ist. Ihr könnt das Ganze upgraden, wenn ihr wollt. Also das hat tatsächlich mit einem, funktioniert mit einer Software drauf, die dann upgradefähig ist. Also insofern, das ist dann das ganz dicke Ding für euer Ladedock auf dem Schreibtisch, wenn man das denn dann benötigt. Ja, was haben wir jetzt hier? Wir haben ein mobiles Ladegerät, welches natürlich dafür eingesetzt werden soll, damit, wenn ihr auf Reisen seid, das Ganze kompakt mitnehmen könnt, zum Beispiel auf einer Fahrradtour oder ähnlichem. Da könnt ihr das mobile Gerät verwenden. Auf der anderen Seite haben wir einen Ladedock, welches mit den Gummifüßen dafür geeignet ist, eben bei euch auf dem Schreibtisch eine gute Figur zu machen und über das Kabel auf der Rückseite dann hinter den Schreibtisch gelegt zu werden, während es quasi sechs oder beziehungsweise eine Anzahl von x kleiner sechs Anladegeräten lädt, wie zum Beispiel euer MacBook, euer Telefon und so weiter und so fort. Aber das ist es noch nicht gewesen. Mit der Anker Prime Serie starten jetzt noch ein paar andere neue Geräte. Eine Ladestation, eine 14 in 1 Multifunktions Ladestation, die auch 160 Watt leisten kann. Es ist noch eine Powerbank mit dabei, die 250 Watt Output hat und knapp über 27.000 mAh. Und wir haben auch noch ein Ladekabel, um halt all diese Ladeströme überhaupt verarbeiten zu können, was 240 Watt kann. Checkt die Dinger mal aus. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link und auch einen 15% Coupon, um euch das Ganze anzusehen. Gleichzeitig gibt es noch eine Aktion von Anker, die auf Instagram abläuft. Guckt auch da den Link in der Videobeschreibung mal an oder scannt euch den QR-Code. Da ist dann alles drin. Insgesamt würde ich persönlich sagen, das Ding ist rund. Für jeden ist was dabei. Preise sind mit den Rabattcodes, die ihr in der Videobeschreibung findet, denke ich auch in Ordnung. Wer noch Fragen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Alexa Kamera aus. Okay. Das Ding ist aber auch in die Kommentare. Vielen Dank.